vor der kurvigen schaße steht genau hier einfach so vollgas durch wie das mechanik bestand würde ja bei ihm muss so irgendwo blitze sein ja aber dann siehst du nicht haben bis jetzt nicht gefunden kommst diesmal was ich war dann wartet mal so jetzt haben wir es jetzt wäre es besser wenn er mich in ruhe lassen die sonst kann ich nicht fahren ich war jetzt von haus mit voller geschwindigkeit hier durch das werde ich natürlich ein salto machen und kann man ein überschlag das ist dasselbe eigentlich was er hat sich als support angemeldet ich komme ich finde ich jetzt entdeckt bremsung und was ich habe ein server bug entdeckt und los geht's ja also schau doch mal zu wie du geblitzt wirst und dann aus dem auto fliege so ich war mittlerweile 100 301 kommt schon das schaffen wir polizei und an den vorbei und schnell ja und wurde geblitzt nein nein das gibt es doch nicht ja ich wurde blitz aber ich habe keinen punkt bekommen wieso habe ich kein punkt bekommen ach so ja stimmt weil die mit dem dienstwagen du kriegst nicht immer einen punkt zurückfahren und dann danke ich dir lass mich mal kurz fahren bitte du kannst ja mit meinem mechanik erwarten okay nur kurz du kannst ja als beifahrer waren so wenn du es kaputt machst zahlst du so ich ihre pariert so hemer also wie komme ich doch scheiße der cheater schon wieder das ist der cheater ach name gettosteile ok support cheater hacker mit bitte geben sie den spielernamen ein gh e t t t t t o h h style gettosteile oder gettosteile keine ahnung ja jetzt schaut doch mal drauf ich habe reloch gemacht ihr seid's gettosteile haha das hätte ich jetzt nicht machen dürfen du depp du hast schon gehört der hat dir zu auch noch nicht auch geil okay ähm gett dass du screen ach super hast du ein screen gemacht nö mein gott das klingel jetzt schon wieder mein handy bin mechanic base und ich recht kommen nein ich bin immer noch da wo der crash war komm bitte her aber lass ich blitzen ich will geblitzt werden ich hab zwei leute die mir helfen um 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 ja leute ich bin mal kurz auf kam bis gleich ich mach kurz ein pausse und dann sehen wir uns gleich wieder kurz zwei pausse nennen 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 wir mal kurz die abkürzung nennen wir mal die abkürzung nennen wir mal die abkürzung ist ja nicht mein auto nennen 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 da vorne ist wieder der Kürze muss ich vorsichtig fahren äh simon spielt zwar aber er redet nicht achso es geht ja habe ich auch gerade bemerkt ich rede und rede und habe mein mikrofon gemütet ich habe mir nämlich schnell was zu trinken geholt und kurz ein paar technische Schwierigkeiten gehabt technische Schwierigkeiten ja leck mich doch am Arsch sowas sagst du nicht tut mir leid sorry komm blitz wieso wurde ich nicht geblitzt fahr jetzt gib gib Stoff das Auto ist geil gib NOS was jetzt wurdest du geblitzt nein dann warst du zu langsam das geht so nicht das Auto ist nicht so schnell nein es war auch macht mir je weh du machst total schaden WTF was machst du ja Punktvolle und ich habe keinen Führerschein mehr achso ab zur Führerscheinbase ich habe keinen Base ich tue mein Ding 6 auf 4 ich habe nicht gesagt dass du jetzt 6 Stunden kein Ding zu machen darfst 4 Stunden wenn ich zahl ja 4 Stunden ist aber auch scheiße ja ich fahr halt bei euch mit achso und nehme so weiter auf machst du Let's Play weiter ich bin die ganze Zeit schon dabei achso also wir ich muss gar nicht mehr fragen ich sag dann wenn ich Ende ok alles ok Hundenkrebs bei mir ist alles ok nein 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 äh sollen wir dich irgendwo abholen oder er fährt mich grad zur Base äh zur Ding ich mach kurz hier ähm ok es kann warte mal mein PC ist arschkalt oh nein das nenne ich nicht kalt das nenne ich äh etwas warm etwas sehr warm alter hat jemand von euch ein Steak ok Slash mach zu scheiße sind da viele Bullen ich wollte sie Slash Eat eingeben in der Fahrschule was mag ich denn Esser Führerschein so du hast deine Führerscheinstapel von 6 auf 3 2 2 3 2 3 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 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 einmal heute nicht so drüber aufgeregt weil du kannst du nur voll machen und nicht mehr das ist total scheiße komm schon, komm schon, werden länger ich hasse es an der Tankstelle zu stehen weil da immer einer rein fährt war ich schon ungefähr so? oh scheiße was? warte, warte, warte kostenloses Auto ach man, ich hab keinen Führerschein komm schon ein Kilometer wie gehört das Auto? ey, ist das schwarze offen? ja, es gehört in einer Fraktion, also kannst du nicht einsteigen so wo willst du hin? keine Ahnung was ist das? was ist das? man darf ja keine Leute auf dem Dach mitnehmen solltest du eigentlich selber wissen wir have to drive mit Noss umeinander ok, mein Auto braucht ein Repair lol, Cheater wer? ich warum? ich hab mich gerade zu dir rein teleportiert ne, lol ist das gemacht wenn ich's wüsst ok, und was machen wir jetzt? bullenrevier ne, ich glaub ich hab grad ein paar am Arsch, ich muss mal da eben rechts ran fahren ach du kacke steht zwar rechts ran fahren, aber irgendwie ist kein Bulle hinter uns egal äh doch, bei dir schon ja, das war für ihn haha allgemeine Verkehrskontrolle wenn mein Auto weg ist, bring ich dich um die schauen nach, ob da noch so ein Hydraulik drin ist wenn du ja sagst, das ist das Auto vom Kumpel wer zahlt sich stark, ey ich wurde gerade geblitzt ich wurde gerade geblitzt äh, was? ähm fahr mal schnell, fahr mal schnell zum Kräne fahr mal schnell zum Kräne fahr zum Kräne ich muss mit dem Bulle reden wo ist der? ja, da beim, beim, beim Reparatus beim Führerschein beim, beim, beim Führerschein stelle what the fuck? mach hin ne, ne es geht hier um mein Auto ne, ne, passt schon passt es geht um mein Auto es passt alles nern fahren, Liko ich hab's jetzt schon mit dem ersten Teil gesagt nern fahren ich, ich darf, ich darf wieder weiterfahren er hat nichts gemacht Vorsicht, Vorsicht, Bullen, 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 Bullen fuck ach du scheiße, hat sich gerade jemand in die Luft gesprengt das sind suicide-Bombas das ist so das ist so scheiße, record wanted wie viel keine Ahnung also steht heads up und die Bullen folgen ihm, aber er hat grads richtig auf ich hab'n back die Bullen verfolgen dich auf die Scheiße das sind irgendwie Parkside, Parkside Trikot das sind irgendwie n Haufen Wollen hab ich so das Gefühl oder ist das das Bullenrevier könnte natürlich auch sein ja das sieht so aus als wär das das Bullenrevier das ist ja das Bullenrevier oh mein Gott wir fahren am Bullenrevier vorbei Prozent 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 steht da ein Auto drauf doch kommt 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 hier sind Blitzer jetzt nicht mehr wie geht es um nicht durchschnittlich den Arsch im Ort jetzt ich bin zwei zwei Jahre die Eröffnung keine Mord der 20 er mitfahren ja ich habe Fahrerflucht und SDV oben ist auch und jetzt wechseln wir schnell das Auto weil das ist blöd das nicht zum schnellfahren gedacht sondern nur zum cruisen naja du hast genauso wie ich zwei Slots ich bin aber der reicherste von euch allen ich habe zwei Mille und ich trage bei mir 200.000 das ist gemein hell yeah 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 schnell Motor aufschalten kann ich da hoch fahren bei dem Ding so ein Grün sieht der geil aus meiner okay so sieht das scheiße aus das nenne ich mal geil geparkt ich bin Gord oder sowas kleineres mindestens Jesus selber ich glaube ich muss mal dein Auto repaaren es ist schon am Ruchen du bist scherzlich du bist scherzlich ich weiß schon gar nicht mehr was da angeht da ist der Flugöffnung also müssen wir da glaube ich hin ich glaube ich weiß wo die wo der Blitzer ist egal wo bist du Krimi ich bin gerade beim beim Repair Stand bei der Mechanik Base man will eigentlich von irgend so einem Säckchen gepaert werden ja dann warte warte mach ich dir darfst du das? kannst du das? ja wenn er als Beifahrer einsteigt ups fail so slash repair ah fuck slash repair G4 für 2000 Dollar hätte ich jetzt aber schon vielen den Sank und schönen Day noch das ich Vielen Dank.